Ja, hier geht folgendes ab. Es findet der 16. McDonald's Cup statt. Zum 16. Mal Spitzenfußball in Ehingen mit zehn Junioren, mit namhaften Mannschaften und es gibt dann im Umfeld auch noch Kleinigkeiten für kleinere Kinder, wie zum Beispiel eine Hüpfburg oder Torwand schießen. Also es ist Remi Demi hier in Ehingen. Es ist so, dass also alle Mannschaften eigentlich Top-Fußball bieten. Ich selber freue mich am meisten auf die Spiele der Ehinger Mannschaft, weil für die ist es eigentlich eine kleine Belohnung, in so einem Turnier mitspielen zu können und mal gegen Mannschaften wie FFB Stuttgart, wie Kaiserslautern oder wie 60 Münchner anzutreten. Also um 9.30 Uhr beginnen die Vorrundenspiele. Das Finale wird so circa um halb sechs, sechs stattfinden. Es kommt immer darauf an, ob es Verlängerungen gibt, ob es Elfmeterschießen gibt in die Finalpaarungen. Dein Tipp, wer wird morgen gewinnen? Also ich tippe auf der FFB Stuttgart. Der FFB Stuttgart